Also ich konnte mich wiederbeleben damit, also ich hab auf dem anderen Geist... Was heißt das? Kau entziehen. Was macht das? Das entzieht ja das Kau. Kau? Wenn du tot bist, dann Lebensbalken. Der Balken. Dann brauchst du einen Spiritist für irgendwas. Damit kannst du glaub ich Zehlen sammeln und irgendwie sowas. Ich konnte doch hier grad... Was macht doch den Zehlen? Nein. Hier muss man so eine Zehlenbox sammeln. Aber die braucht man für... Für bestimmte... Necromancy Spells. Okay. Kate wahrscheinlich zum Beispiel. Oh shit. Ich glaub ich hab mir jetzt vier oder fünf Mal da irgendwie in der Wall verbuggt. Und ich bin noch nicht runtergefallen. Ich glaub ich mach gleich wieder ein Leuchtfeuer. Kannst du gern machen. Ich darf das. Ich oppke die Zeit. Ich beden nicht Danke. Ich werde das mit deinem Gestuelles Malen wegschrauen. Ich werde das mit deinem Gestalt überheben. Ich werde das mit deinem Gestalt überذهben sein. Ich habe zwei Einbäten! Eich bin ich! Und da einfach das mit deinem Gestalt überhension! es 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 steine das sinnloseste an dem ganzen spiel ist der stein holen ja ich habe noch so ein drink habe ich halt noch eine cola umher ich würde erst mal irgendwie was zum snacken oder so ich brauche ja dann brauche ich halt einen All right. All right. All right. All right. Okay, wir haben jetzt einen Boneholder und einen Drygenwreck und ein Lagerfeuer. Das ist doch schon mal gut. Kann ich an einem Stable mehrfach readen? Oder immer nur einmal zur Zeit? Wenn du Management hast, kannst du sogar fünfmal readen. Oha, okay. 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 Jetzt haben wir schon mal alles lebensnotwendige hier, Hakel. Du bist auf Wasser. Hier ist doch irgendwo in der Nähe einer Wasserquelle, oder? Mehr. Das ist viel zu weit weg. Ich wollte mal sowas wie ein Fischholder oder sowas. Okay. 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 Irgendwann hier ist Wasser halt oben, ne? Nicht weit weg. Ach du scheiße, ist ja geil. Nicht ganz so einfach das hinzusetzen, muss ein bisschen schauen, das geht dann schon. Alter, das ist halt echt krank. Das hat doch keiner gemacht. Hm, täuscht dich da nicht. Bestimmt schon Trottl, der vor uns auf die Idee gekommen ist. Das ist gut, dass die laufen dauernd Rehe rum, aber ich krieg die nicht. Hey, ich hab Overweight. Was hast du gekriegt? Ach, Kacke. Ja, kannst einen Lappen wie du. Ja, kannst du das auf einen Drying Rack bitte auflegen. Ja, ja. Es gibt einen dritten Teil von die Expendables. Ich versuche es. Willst du Hilfe beim Holzfällen? Was sagst du? Ich kann dir beim Holzfällen helfen Ja ne, ich bin grad nicht in den Forrest Du stehst aber auf der AFK rum, das würde ich nicht machen, dann würde ich auf den Baum gehen Achso, ja stimmt wird der Nacht, aber ich bin gleich wieder da Schlupf Vielen Dank.